moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 heute zeige ich euch mal mein ps3 gamertag so gut das kurs muss ein bisschen größer sein das t auch und das gehe erst recht habe nämlich gerade keine internetverbindung so ich habe was nein nein die frau ist weg leute die frau ist weg da war gerade eine richtig heiße frau aber natürlich wieder klitsch es so wollte ist sie weg oder ist sie da vorne ich wollte die euch einfach mal zeigen nicht die hier nee nee es war nämlich eine andere frau aber ich muss schon sagen jetzt verstehe ich auch warum dieses spiel am 18 ist schöne euter muss ich sagen also die euter sind gut gewachsen kann man nicht sagen so wen haben wir hier white boys 7th street hello ladies and show me what the most white boys 7th aber ob du mal eine richtige platze bekommen digga du siehst aus wie ein nazi ehrlich jetzt so ein richtiger assi richtiger assi ja schon mehr blöder npd rassist du sorry musste mich einfach mal um den nazi kümmern verständlich oder boah cool bälle oh die bälle cool leute also ist ja cool jetzt können wir fußball spielen boom tor egal was machen wir jetzt wir fahren heute mal ein bisschen boot habe jetzt leider kein anhänger dabei dann fällt das auch leider flach ich werde schon noch was machen mit euch und zwar ich will diese frau finden die ich gesehen habe die muss doch hier irgendwo sein die kann doch nicht abgehauen sein ich glaube da vorne ist sie Leute ich bin jetzt hier irgendwo aus so einem komischen wilden viertelding hallo moin moin keine angst ich tue euch nix auf jeden fall war das eine frau die richtig fett war what the shit crazy motherfucker was ist das denn am himmel ja nein wo ist der heli hin guck mal der heli haut ab hey bleibt stehen ich tue euch nix ich tue euch nix ich tue euch nix jetzt sind alle abgehauen ja toll jetzt muss ich allein baden gehen lalalala oh cool eine bambusbar hallo jemand da schade keiner am start man oh jetzt habe ich einen briefschnips da eingesammelt ist das wichtig ich glaube nicht moin moin noch jemand da oh scheiße Leute ich hoffe das beste was wir machen können ist den dschihadisten tot zu wählen den wir haben und zwar keine granate mehr ah doch genau dschihadisten tot allahu bam oh shit genau naja ich wollte euch eigentlich diese frau zeigen die natürlich durch wieder so einen blöden glitch der in gta 5 ist verschwunden die ist dann machen wir mal was anderes und zwar wir versuchen heute mal den high zu finden den high oh ne 4 minuten boah jetzt bin ich wieder in einem langweiligen krankenhaus gestrandet das finde ich langweilig Angelo Merde ein kleiner integrationstest und zwar wer ist die bundeskanzlerin hallo hey wie geht's boah ist die dünne Leute guck mal die magerstange an stopp fuck nein boah bin ich blöd Leute hä sagen was wir jetzt machen wir gehen jetzt in online multiplayer rein und gucken mal was da abgeht oh scheiße man das internet geht ja gar nicht fuck dann gehen wir zu unserem guten freund franklin der hat mal was parat für uns oder nein besser noch zum guten alten bonzen der ist nämlich so schmierig wie sein gel in seinem haar gucken wo der grad ist was er grad macht oh ne der ist im stau ist ja scheiße ne bonzenkarre aber hockt im stau ist ja geil oh baby ich seh da was ich seh da was richtig fettes Leute ich seh da einen richtigen geilen Anschlag den man machen könnte seht ihr das auch so ein Gasoil Transporter das ist natürlich eine gefährliche Sache in den falschen Händen natürlich so das versuche ich jetzt mal den zur Explosion zu bringen also los geht's noch nicht er ist noch nicht hochgegangen vielleicht sollte ich mal hier rüber springen hier mit fuller karacho naja ich komm da nicht rüber irgendwie oh baby yes ah ne doch nicht komm explodier ja so schwer es ist es ist schwerer als man denkt Leute vielleicht einfach hier runterfahren das muss doch irgendwie hochgehen so versuch mal das anders in die Luft zu springen ich frage mich was passiert wenn ich da jetzt drauf baller mit einem Schuss was ist denn hier oh ich brenne ist ja sehr interessant scheiße das Ding geht ja in die Luft boah guck mal wie ich da wegfliege episch somit sage ich ciao Leute bis zum nächsten Mal euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und ciao ciao